Ich bin Antonia, ich arbeite als PhD-Studentin am MWC in Kooperation mit der Charité an der Arbeitsgruppe von Michael Kaminski und wir beschäftigen uns mit der Modellierung und Diagnostik von genetischen Nierenerkrankungen. Meine Aufgabe in der Arbeitsgruppe ist vor allen Dingen mit Zellmodellen genetische Nierenerkrankungen zu modellieren. Dafür benutze ich Methoden wie CRISPR-Cas, um die Zellen genetisch zu verändern. Um diese Zellen und genetischen Krankheiten dann besser zu verstehen, benutzen wir unter anderem das am MIMS-Spiel auch häufig benutztes Single-Cell-Sequencing. Untertitelung des ZDF für funk, 2017